Die Aushellung der Wahlzettel, die beginnt um 18 Uhr. Bis dahin können 113.648 wahlberechtigte Grafschafterinnen und Grafschafter ihre Stimmen für die Räte in den Gemeinden und für den Kreistag abgeben. Votiert wurde bereits in den vergangenen Tagen vielfach per Briefwahl. Auch diese Zettel, die werden erst ab 18 Uhr ausgewertet. Aber die Wahlurnen, in denen die Unterlagen sicher verstaut wurden, die wurden bereits am Sonntagnachmittag geöffnet. Damit es dann ab 18 Uhr möglichst schnell geht mit der Auszählung. Und wie hier in der Ludwig-Probel-Schule in Nordhorn zu sehen ist, wo die Briefwahl der Kreisstadt ausgezählt wird, kommt da schon einiges zusammen. Diese Wahl ist für die zahlreichenden Helferinnen und Helfer eine Herausforderung. Auch weil es ja gleichzeitig die Bürgermeisterwahl in Bad Bentheim, Schüttdorf, Wiedmarschen, Emlichheim und in Neuenhaus gibt. Und die Bürgermeisterwahlzettel, die werden übrigens als erste in den jeweiligen Städten ausgezählt.